Versuch Was von letztem mal? AHAHAHA Ach der, ja, ja, mhhh Das ist ein Youtube, Video, das ich dir gezeigt hab du Huren Das Ich weiß immer noch nicht, wie man auf so einen Schwachsinn überhaupt kommt Boah, du bist einfach nur doof wie Scheiße. Ganz einfach. Nein, ich weiß aber immer noch trotzdem nicht, oder? Ja, ich weiß, du warst einiges nicht, ne? Hast du einfach gegoogelt? Hast du einfach so, nein, doch... ...oh, eingeben? So meinst du das? Einfach so spontan. Doch, das war witzig. Satana Pro irgendeine Verwirklichung standen. Ach, wer wohl? Das? Ich weiß ja, ja. Oder Superplayer HD? Oder dieser Pexo? Der Hurensohn? Boah, du... An dieser Stelle einmal Entschuldigung Pexo, falls du das gehört hast, du hast mir nie was getan, aber ich mag dich trotzdem nicht. Ich mag dich. Danke, ich, mich auch. Ha, ha, hi, ha, hu, ha, ha. Never find out why you left him, but to save the greater question or play to see tomorrow or listen, where some balls against Superplayer. Oh, die sind ernst, Superwoman. The situation, laps are broken, and... Ich glaub, ich muss die Musik noch ein bisschen ausstellen, sonst hört man dich ja. Ey, ich bin ganz toll. Haha, glaub du das nochmal. Reh dir das ruhig ein. Ja, ja. bin aber schon sehr ja ja und so war noch mal wieder boah fuck nein na gut ich bin auf expedition junge ich muss die welt retten ich muss die ganzen kohlekraftwerke abstellen denkt an die umwelt die kohle sammeln und sie verbrennen die kohlekraftwerke die nicht kriegen komm jetzt lach ich habe mich zugehört worum geht es ich muss die kohle verbrennen damit die kohlekraftwerke die nicht kriegen was noch mal bitte jetzt was ich mag dich ich mag dich was für ein witz hast du gemacht ne ganz ehrlich ich muss die kohle verbrennen damit die kohlekraftwerke die nicht kriegt was und ja jetzt mein ich es genauso wie ich es gesagt habe eigentlich fertig ich glaube schon ich bin fertig bin fertig mit nerven wegen dir selber oder was nein wegen dir oh mein gott also das ist der absolute oberscheiße aber ich bringe jetzt mal die tiere von a nach b welche denn geschaffen weiß ich brauch weizen aber fast wäre hier so ein so ein so ein so ein anschlag gewesen ich will die wegschützen da noch mal kohle 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 geil geil meine kohle ich will kohle ich glaube ich übersteige ein ganz kleines bisschen ich habe einen vorschlag mache einfach am mikro aus und was man ein bisschen so freunde jetzt können wir ja endlich mal anfangen willkommen zurück zu minecraft mit mir den kiri man wieder ein creeper ok ich mache jetzt einen auf pascal das habe so viel nie gemacht so absolute nikum so 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 Nein, ey, warum hast du denn das Mikro jetzt wieder angemacht? Das war nie aus. Ich hab nur gegen das Mikro gestorben. Ich hab nicht so einen Hightech gekonnt. Gib mir 120 Sekunden, um aus diesem Video jetzt noch was Gutes und das Beste rauszuholen. Okay, warte, ich geb dir echt 120 Sekunden, okay? Ja, gib mir einfach 15 Minuten. Nein, 120 Sekunden. Gib mir drei, nein, gib mir... Du hast in 10 Sekunden oder 20 Sekunden. Nein, nein, du hast zwei Minuten. Du hast in 10 Sekunden 120 Sekunden. Warte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hi. Äh, willkommen zu Minecraft. Ich bin KimiHDXFXLB2004. Zu meinem achten Geburtstag habe ich eine Razer Gaming Ausrüstung bekommen. Anstatt einer Heizung. Anstatt einer Heizung. Und jetzt ist nur das einzige Problem. So, Freunde. Es ist ja mittlerweile... Warum hast du SEK geschrieben? Kommt das gleich oder was? Äh, jedenfalls... Jetzt ist ja auch schon Weihnachtszeit und... Ähm... Da... Da... Ach, du Scheiße. Fick dich in ein Arschloch. Mann, du... Ah, Kacke! Jetzt hab ich's totgemacht. Scheiße, ey. Boah, Fick mich hart, Alter. Mann, das gibt's doch nicht. Gib mir die ganze scheiß Mühe, um die zwei scheiß Schafe hier reinzubringen. Von A nach B und dann töte ich auch noch eins. Ja, willkommen beim Kiri-Mann. Ansonsten möchte ich nochmal kurz Werbung für meinen Channel machen. Ich mache coole Let's Plays hier von PS15, äh, PS16 und irgendwann auch von FIFA 16 oder FIFA 17. Das sind ganz tolle Videos. Viel besser als die von Pascal Konsolenspann. Äh, Konsolenspann war früher echt gut. Jetzt ist er echt kacke. Der hat sich voll verändert. Der ist voll abgehoben. Der ist mittlerweile voll kacke. Äh, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Boah, krass, Alter. Krass. Boah. Ich lauf jetzt... Jetzt krieg ich noch gar zehn Lacks mehr. Ja, mindestens. Endlich kommt mal die... 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 Hauptschu... Die Aufrufe. Aufrufe mal hoch. Die Hauptschuerkinder kommen jetzt auch mal. Ein Fortschritt, Junge. Ja. Ich muss schon sagen, es war gar nicht mal so einfach so 120 Sekunden leise zu sein, ne? Du weißt, wenn wir das jetzt... ... jeder Folge machen. Ja. Ja. Okay. So, jetzt muss ich erstmal wieder ein scheiß Schaf auftreiben. Scheiße, ey. Hast du jetzt echt ein Schaf getötet? Bist du mittlerweile fündig geworden? Nö. Ich bin immer noch auf Höhe... Äh... 58. Und da findet man keinen Diamanten. Hm. Wann muss ich denn? Ich muss, glaub ich, noch hier irgendwo hin, ne? Oder ist hier all zu frei? Okay. Ja, da... Warum bist du... Warum bist du eigentlich zum... ...Diamant... ...äh... ...farmen so weit weggelaufen und bist nicht einfach in den nächsten Steinbruch gegangen? Äh... Ne. Ne. Es wird zu einfach gewesen. Ich wollte hier eine Höhle haben. Und ich hab hier eine Höhle. Aua. Deswegen Höhle ist viel spannender, auch wenn hier grad nichts drin passiert. So. Spiezacke. Wegen solchen Aktionen... ...oder solchen... ...coolen... ...ähm... ...zwischendingern... ...wie sie grad passiert sind. Mit... ...dass du mal beleise warst und ich geredet hab. Wegen solchen Sachen abonniere dich die Leute. Wegen... ...spaß... ...und... ...spaß. Ja, das erkennt man an deiner Stimme. Wegen Spaß. Ganz ehrlich, ich hab grad nicht einfach so gesagt, dass äh... ...äh... ...ich keine Heizung... ...bekommen hab oder so, ne? Also keine Ahnung, warum ich so friere. Achso. Ich dachte, du wärst einfach ein armes Kind, dass echt keine Heizung hat. Nein, das äh... Ich hab ne Ahnung. Also... ...im Nebenraum ist es immer arschkalt und ich hab die Tür zum Nebenraum auf. Aber... ...ja, leider jetzt nicht hin, sonst fall ich vorm Stuhl. Stimmt, stimmt. Das hab ich auch... Wollen wir das hören, Kinder? Ja... 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 Wollen wir das hören? Wollen wir das hören? Ja... 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 Ich weiß ich nicht. Ich hatte keinen Lateinisch. Weil Latein... Ich bin nicht so ein Mongo gewesen. Hauptsache, in Französisch, ne? Da musst du einfach so Texte und Analysen und alles schreiben. Was musst du an der Latein machen? Jungen, einen scheiß Text übersetzen auf Deutsch. Ich... Ich... Ich stell mir das so einfach vor, ne? Ich hab gehört, man muss einfach nur die ganze Zeit Vokabeln lernen. Nix anderes als Vokabeln lernen. Ich stell mir das so einfach vor. Und dann, wenn du Glück hast, verstehst du so ein bisschen die Logik, um Sätze zu bilden. Aber dann sind sie meistens falsch, denn es gibt ja auch noch verschiedene Formen... Zeit... Ey, das ist weg mir am Arsch, man. Französisch ist so verbaschen. So, da ist das Schaf. Wo es sich echt schwul anhört. Wenn der Spiel nicht eigentlich ist. Ja. Wie behindert du eigentlich bist. Ne, ne. Ja, das stimmt schon. Doch, doch. Ne, ne. Doch, doch. Ne, ne. Alles klar. Gut, dass wir das auch geklärt hätten. Ja, ja. So ist das. Meine lieben Kinder, mach das bitte nicht zu Hause nach. Vor allem Kinder schauen wir zu, ja. Ich hab mal geguckt, ne. Ähm. Mein Durchschnittsalter liegt so zwischen 18 und 35. Die mich schauen. Das, äh, finde ich sehr unrealistisch. Na, dann ist der eine 18 und der andere 35. Halt den Maul. Ne, das finde ich aber echt extrem unrealistisch. Wetten, das sind einfach nur so kleine Kiddies. Ja, ich mein genau dich. Die, äh, sich einfach einen Account, äh, gemacht haben, der 18 Jahre alt ist. Um Pornos zu sehen. Auf Youtube. Ja. Seit wann ist hier so ein Loch? B Interior ist ja auch. Als sonst noch kommt. Ja, dieser Inhalt ist für Leute unter 18. Ich gehe mir mit. Und dann heißt sie, äh. Pa-pa-pa-pa, die Seite aber nicht mehr Youtube, sondern youpawn. Halt die Klappe, man. Das ist so unfassbar schlechtes Commentary, das toppt echt alles. Alles, was scheiße ist. In dem Spiel Topf schlagen, oder wieso? Okay, der war jetzt reingeschissen. Wieso ist hier eigentlich ein Zong? Äh, ein Skelett. Fragen über Fragen. War ich da hinten jetzt eigentlich schon durch? Ich glaube, irgendwie schon, ne? Alles klar. Oder, war ich da durch? Ich weiß es nicht. Wir schauen nochmal, ja? Und... Ich glaube auch, ich war da durch, oder? Ich weiß es nicht. War ich da durch? Ja, war ich. Alles klar. Dann ist die Höhle eigentlich relativ uninteressant. Das heißt, ich baue mich jetzt nach unten. Um vielleicht ne neue Hülle zu entdecken. Hoffentlich. Ist das schon fündig geworden? Ne, immer noch nicht. Ich weiß, dass es ja auch nicht so gut ist. Das ist ja auch nicht. Also haben wir, wenn wir uns noch nicht verïnchen, Bis zum nächsten Mal.